Heute möchte ich Ihnen den Active Bone und den Active Brusher Bone vorstellen. Beide Spielzeuge sind sogenannte Kauspielzeuge, die sich zum Kauen eignen. Sie bestehen aus einem stabilen, speziellen Kunststoff, der sehr biss- und widerstandsfähig ist. Kauen ist ein Grundbedürfnis des Hundes. Durch das Kauen wird der Speichelfluss angeregt. Vermehrtes Speicheln verhindert, dass sich gefährliche Zahnbeläge bilden. Zunächst müssen Sie die Active Bones bestücken. Auf der rechten Seite werden einfach die länglichen, dazugehörigen Platten in den Korpus eingeschoben und danach verbinden Sie die beiden Steckmodule im Inneren des Korpus miteinander. Der Active Brusher Bone besteht nicht nur aus den dazugehörigen Kautäfelchen, sondern hat noch Gummiringe und ein Zahnpflegemodul. Die unterschiedlichen Elemente und die Kauplättchen können beliebig auf dem Knochen positioniert werden, danach wird der Knochen einfach zusammengeschraubt und fertig ist das Kauvergnügen. Die passenden Kauplatten können jeweils in unserem Shop nachgekauft werden. Sind die Knochen bestückt, kann es losgehen. Die Knochen bestruction wird auf dem Knochen Welcome tenemos. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Weitere interaktive Spiele für Hund und Katze und sinnvolles Zubehör